Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr an das Bettchen von eurem Säugling ein Mobilee machen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. Wenn ihr jetzt auf das Bett von eurem Säugling klickt, öffnet sich hier ein neues Menü und hier steht jetzt verbessern. Da klicken wir einmal drauf und dann haben wir hier oben dann schon Baby Mobilee hinzufügen. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen Vögel und Weltall. Ich wähle jetzt einfach mal hier das Weltall aus und schon schraubt mein Sim an diesem Mobilee rum. So, und sobald dieses Mobilee dann fertig ist, hängt es dann einfach an diesem Bettchen und ihr könnt dann dort euren Kindern ein Schlaflied spielen. Ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!